...bezeichnung U-B-40. Und somit hatten die Jungs einen Namen, einen Job und jede Menge Erfolg. Dieses Jahr hat man sich mal was anderes einfallen lassen, nämlich ein Computerprogramm hat nach dem Zufallsprinzip einfach so einen Namen aus Zahlen und Wörtern zusammengeschmissen und rausgekommen, ist dabei Eifel 65. Das hat ihren Erfolg des ersten Euro-Hits allerdings nur unwesentlich verhindern können, denn statistisch gesehen wird ihr Song im Radio zur Zeit alle 150 Sekunden gespielt. Und heute Abend spielen sie bei uns, hier ist Eifel 65 mit Bloom. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020